Und wir beobachten heute das Paarungsverhalten Großstädterischer Wildgefangener. Hallo Tafraner! Einige von euch kennen mich vielleicht schon. Ich bin der Tim vom Tafran-Team und der, der euch die Hindernisse baut. Ich war neulich nochmal beim Tätowierer und hatte da die Idee, mir den Tafran-Schriftzug tätowieren zu lassen. Dazu brauche ich aber eure Hilfe. Folgendermaßen. Wenn ihr auf unserer Tafran-Facebook-Seite die 1700 Likes voll macht, mache ich einen Termin beim Tätowierer. Also, Video teilen, Facebook-Seite liken, den Rest mache ich. Halt. Das war vorher. Das war's. Das war's. Ich habe mir die Zeit. Vielen Dank.